Und jetzt kommen wir zu dem sogenannten Prominentenraten. Vielleicht will ich sagen, es war dieses Jahr schwierig. Die sind alle Grippe oder Zipperlein. Weil die Prominente oder die Bekannte in Suisse, die wären zwischenzeitlich auch Eltern. Und als der Junge, sie ist noch im Roma, also die sind nicht im Flecken bekannt. Aber es ist ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit einem Prominentenraten. Als erstes kommt heute rein, unser Pessimist. Den müssen wir erstmal ein bisschen sauber machen, ein bisschen absterben. Also mein Pessimist, du kannst ruhig mal lachen, von der Welt fassen, die Kunst geht qualitätig dagegen. So, und jetzt die erste Frage an euch oder der erste Hinweis. Der Pessimist, der kommt von Obera. Stopp! Pass auf, Thomas! Thomas! Da schau, Thiamina! Thomas! Machen abzell. Wir haben schon den ersten Sieger! Ein Jahr hat mich gar nicht ausschwachen lassen, sie hat sich gleich beraten. Die Amina, du hast was Gelübiges, ihr habt ihr erkennt. Weiter wäre es gegangen, wissen will die auch alles. Der schnellste ist er auch nicht mehr, der ist aber trotzdem feil auf dem Sportplatz. Man sieht ihn oft in blauen Schurz und am Sonntag macht er am liebsten rote Wurst. Ja, unser Optimist, der das Strahlen der Fasen vermittelt, muss ich leider sagen, auch der kommt nicht vom Städtli. Mit Schwäb ist tut er sich ein bisschen schwer. Er hält sich aber trotzdem feil im Städtli auf. Denn sie ist auch feil in der Wirtschaft. Beim Schnaps trinken muss der noch viel üben. Das ist der Koch von der ehemaligen Koch. Der ist zu klein. Beim Bediener sieht er richtig gut aus. Sie ist leiser wie ihr Chef. Ja, Bediener für eine Brotte. So war es, Fabian, Fabian und Red ist wichtig. Auch unser Seilzieher kommt vom Buckel runter. Der liegt öfters im Grünen. und der Friseur hat an dem auch gefreit. Der kommt aus dem Städtchen. Er gehört nicht zu den ganz Schlenken, wie man sieht. Den kannst überall im Flecken treffen. Er liebt oftmals die großen Töne. Pulverdampf ist dem auch nicht fremd. Tschagalaga ist sein Lieblingswort. Tschagalaga! Tschagalaga! Faith. Etwas Priest. Schockalaga. Ja, wir haben andere! Das war ihr! Das war ein Mann! Das war die erste Nacht! Das war ein Mann! Ich bin ein Mann! Ich bin ein Mann! Ich bin ein Mann! Ich bin ein Mann! So, Hexchen, komm mal zu mir, da könnt ihr noch abschrauben. Haben wir mal den Treffer ausgedrückt, weil ihr lebt immer so viel auf der Gasform. Jetzt bleibst du mal bei mir. Wie soll es anders sein, auch die Hex kommt vom Kugel. Das ist die Mickey-Hest. Die siehst öfters mit dem Kenderwagen. Beim Kenderfest ist sie auch dabei. Wilde Tiere sind ihr Hobby. Wendel, himm ich. Wendel, keucher. Keucher, genau. Ich hab mir doch gesagt, Jens. Schau mal. Jense, Hände. Der Jens Keucher, der Vertreter von den Pink Pampers. Wilde Tiere sind sein Hobby, wär's weitergegangen. Windeln sind ihr auch nicht fremd, das kommt von den Pampers. Und Musik ist bei ihm ja auch eine Familientradition. Richtig. Hat jeder sein Sekt gekriegt. Ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich für alle, die mitgemacht haben und kurzfristig eingesprochen sind. In diesem Sinne nochmal drei kräftige Teilnehmer beim Ruminendenrad. Drei kräftige Narvi, 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 Narvi. Hexen, Bolla, Hexen, Bolla, Hexen, Bolla, Sauber, Uhr, Uhr. WIEW! Ja. Ja.